Es macht einfach Spaß, oder? Ich vermisse das ja eigentlich, wenn ich nicht zwischendurch mal das eine oder andere Video produzieren kann. Also, wo waren wir letztens stehen geblieben in der Voll-Ide-Sons-Globwelt? Zehn war das ja. Der Baum und seine Positionsmarke. Wir haben also uns beschäftigt mit einer Datenstruktur, die in der Informatik Baum genannt wird. Sie erinnert erstens nur lose an den Baum und zweitens kommt noch was Interessantes dazu. Dieser Baum wird umgekehrt dargestellt, als man das in der Natur kommt. In der Natur, in der Natur vorkommt. In der Natur haben wir einen Baum in der Vorstellung mit der Wurzel unten, dann kommt ein Stamm und dann geben sich die ganzen Verästelungen daraus. Die Verästelungen daraus. Irgendwie scheint mir die Zurnase die Sprache ein wenig zu kürzen. Und in der Informatik gehen wir das ein bisschen anders an. Da ist eine Wurzel, die zeichnen wir oben ein und von dort aus, wenn wir hier eine Wurzel haben, gibt es dann die Verästelung, wo dann wieder sogenannte Knoten dran sind und dann wieder Verlinkung. Also wir haben eine sehr abstrakte Art und Weise, über einen Baum zu reden, wie ich Ihnen das in der letzten Woche auch erzählt habe. Die Datenstrukturen, deren Namen, Bezeichnung wir Ihnen geben, sind häufig Anker, gedankliche Anker, Metaphern, die uns daran erinnern sollen, wie diese Datenstruktur aufgebaut ist, damit man ihr nicht völlig sinnlose Namen gibt. Der Baum besteht also aus sogenannten Knoten und jeder Knoten kann, muss aber nicht links haben, also Äste, wenn Sie so wollen, Verlinkung auf andere Knoten. Und wenn ein Knoten keine Links mehr haben kann, das ist ein sogenannter Terminalknoten und der oberste Knoten, von dem alles losgeht, das ist der Wurzelknoten. Die Aufgabe ist so gemacht, dass, hier sehen Sie ein Interface dazu, so gemacht, dass wir zu einem Knoten, wenn wir ihn anlegen, sagen können, wie viele Beinchen wird der Knoten haben. Also keins, das ist ein Terminalknoten oder ein Beinchen, zwei Beinchen, drei Beinchen, das ist also fix, das kann nicht beliebig sein. Und wenn wir das einmal aufgesetzt haben, einen solchen Knoten, dann können wir an der Stelle, die Beinchen sind also durchgezählt, wie das so üblich ist in der Informatik mit 0, 1, 2 und so weiter, dann können wir an dem Beinchen einen anderen Knoten dranhängen oder auch über das Beinchen abwagen, welcher Knoten dort zu finden ist. Das sehen wir an dem Interface, was wir zu implementieren haben, an dieser Methode. Wir sollen also an dem Beinchen n abfragen, welches Kind, welcher Kindknoten, das nennt man also auch in dieser Beziehung, nach unten sind die Kinderknoten, nach oben sind die Elternknoten. Dann bekommt man also einen Knoten zurück und genauso, wenn man einen Knoten setzen möchte, sagt man, in welchem Beinchen kommt dieser Knoten dran. Und dann ist dieser Rückgabewert eben Void, da passiert dann nichts weiter. Die Arity, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, ist die Anzahl der Beinchen, die ein Interface-Knoten, sorry, die ein Knoten hat. Jeden Knoten können wir mit einem Wert belegen, und zwar einer Zeichenkette. Und dann können wir noch befragen, bist du Terminal oder nicht? Also bist du ein Knoten ohne Beinchen? Und hierzu gibt es noch ein Beispiel, wie wir das Ganze aussetzen können. Das will ich mal rüber kopieren. Was wir, das hänge ich mal gerade hier in den Taren ran. Was wir letzte Woche programmiert haben, ist dieser Code, von dem ich noch nicht weiß, den habe ich noch nicht weiter überprüft. Dafür hatten wir keine Zeit, ob der überhaupt so läuft, wie das angedacht ist. Also dafür müssen wir uns jetzt mal an die Konsole wagen. Wir öffnen den Code, Node. Die J-Share ist noch nicht gestartet, klar. So, wir öffnen. Ich bin offenbar völlig falsch unterwegs hier gerade. Ja, Wintersemester, sorry, OP, jetzt, THM, OP und Wintersemester 2023. 23, so, jetzt haben wir es aber. War eben noch anders vor mir eingestellt, aber egal. Node, da sind wir. Wenn wir also jetzt einen neuen Knoten aufsetzen möchten, schauen wir uns mal an, wie das hier gehen soll. Das war vorgegeben in der Aufgabe, das sollen wir genauso nachbilden können. Also haben wir Node N, da muss das New Node sein und dann haben wir hier zum Beispiel ein Plus. Wir sagen also die Operation, das gilt jetzt mal das Beispiel, dass wir mit einem Baum arithmetische Operationen anbilden wollen. Also zum Beispiel Plus und dann ist da an dem einen Beinchen eine 2, an dem anderen eine 3, wie wir das hier aussetzen können. Also eine Plus, Knoten für die Plus-Operation, hat zwei Beinchen und dann kommt das da zurück. Dummerweise, was uns offenbar noch fehlt, ist die ToString-Methode. Sonst würden wir genau das hier sehen, was da gezeigt ist. Und tatsächlich fehlt uns die ToString-Methode hier noch. Die müssen wir also noch dringend ergänzen. Denken Sie dran, die ist immer Public und String, ToString. So. Dann müssen wir irgendwas zurückgeben. Und wie soll das aussehen? Wir müssen genau angucken uns hier diese Ausgabe. Das soll eigentlich den Namen. Dann kommt der Wert, den wir hier zurückgeben. Also machen wir es schon mal. Da soll Node zurückkommen. Dann, wir benutzen jetzt einfach auch die Methode GetValue. Wir rufen uns den Wert ab, den wir da haben. Dann sollen Komma folgen. Aber jetzt ist das ein bisschen schwieriger, wie wir das machen wollen. Wir müssen jetzt eine Schleife haben, die irgendwie hier durchläuft und uns das Ganze anzeigt. Weil wir haben ja die Anzahl der Beinchen und die legt jetzt fest, wie oft da was kommt. Also ist das hier, der Bereich hier, nur eine Vorbereitung dazu. Wir wissen jetzt noch gar nicht, ob das soweit fertig ist oder nicht. Also das reicht uns hier nicht, wenn wir das direkt mit einem Return machen. Wir machen also erstmal eine Zwischenzeichenkette S, wo wir diesen Teil ablegen. Dann haben wir den schon mal erledigt. Dann können wir durch eine Schleife laufen. Eine Vorschleife. Jetzt wissen wir ja schon, dass an dem Beinchen so viele Kinder dranhängen, wie nun mal Kinder da sind, aufgesetzt wurden. Hier, ich bin gerade in Zeile 11. Wir können jetzt entweder eine traditionelle Schleife machen oder wir machen die For-Each-Variante der Vorschleife. Also wir sagen jetzt, wir gehen hier jeden Node um, der unter der Variable, wo ist sie hier, Childs zu finden ist. So, das wäre eine Möglichkeit, wie wir das Ganze machen. Da haben wir also für jedes Mal ein Knoten N. Und jetzt brauchen wir den einfach dranhängen. S plus gleich. Also wir verlängern die Zeichenkette. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn Sie nochmal hier zurückschauen auf die Ausgabe. Wenn dieser Teil kommt, dann fängt er immer mit einem Komma an und dann dem eigentlichen Wert. Und dann kommt der nächste Wert mit einem Komma. Und wenn das alles nicht da ist, müssen wir uns das nämlich wegdenken, wenn es gar keine Beinchen gibt. Und dann kommt am Schluss die schließende Klammer dazu. Also heißt das hier, an der Stelle, wir müssen jetzt erstmal ein Komma setzen und dann kommt der Knoten dahin. Und dann sind wir erstmal hiermit fertig. Mehr ist da gar nicht zu produzieren. Weil diese Vorschleife so kurz ist, habe ich, das haben Sie schon oft mitbekommen, die Neigung, daraus einen Einsseiler zu machen, weil das halte ich für etwas für lesbarer. Und dann machen wir hier unser Return S. Und dann dürfen wir nicht vergessen, die schließende Klammer noch daran zu setzen. Gucken wir mal, ob wir damit gut fahren mit dieser Darstellung, die wir hier gemacht haben. Gucken Sie mal an. Tatsächlich haben wir jetzt das Null-Null dort stehen, weil wir noch nichts haben. Das ist die Selbstbeschreibung eines leeren Knotens. Der verweist also ins Nichts, auf Null. Dann passiert das hier gerade so, wie es gedacht ist. Scheint also wunderbar zu funktionieren. Gucken wir uns hier oben an, was wir als nächstes tun sollten. Wir haben also jetzt ein Child. Wir haben also jetzt die zwei Beinchen, Null und Eins, und die setzen wir entsprechend. N.setChild, Null, Komma. Wir machen jetzt instantan, genau an dieser Stelle setzen wir einen finalen Knoten, also einen Terminal-Knoten hier, der keine Beinchen hat. Und wir instanzieren ihn direkt hier in diesem Aufruf. Gucken wir uns mal an, wie jetzt N aussieht. Na prima, Node.7. Wir werden gleich sehen, das geht genau in die Richtung, wie das wohl auch aussehen soll. Jetzt die nächste Zeile, N.set. Wir nehmen jetzt das andere Beinchen, das Einser, New Node. Das heißt jetzt Neck, also für die Negation. Und das hat ein einziges Beinchen. Gucken wir uns mal das bisherige Zwischenergebnis an. Das sieht alles sehr, sehr gut soweit aus. Und dann gehen wir jetzt, auch interessant, das mal so durchzuspielen. Wir setzen jetzt das nächste Aber. Wir laufen jetzt einfach ab und machen hier auch so eine Kette auf. Wir haben Get-Schalt1. Also wir holen uns den ab, wo wir gerade waren und sagen, ja und bei dir möchte ich an dem einzigen Beinchen, was du hast, nämlich dem Nuller-Beinchen, ein New Node.4 setzen. So, das haben wir richtig gemacht. Und dann schauen wir uns N an. Und es kommt exakt das raus, was hier auch vorgegeben war in der Aufgabe, also auch in dieser Darstellung. Sie sehen hieran, dass wir in dieser Form der Darstellung Knoten also auch die Baumstruktur durch Verschachtelung darstellen können. Die Verschachtelung wird erreicht, indem wir hier geschweifte Klammern, einfach ganz normale, runde Klammern haben. Hier die geöffnete Klammer und am Schluss die schließende Klammer. Und da sehen wir auch den Inhalt, in Anführungszeichen, des Knoten, hier das Plus und dann seine Beinchen. Und die sind in dieser Schreibweise jetzt eingebettet. Das ist also der Link auf den einen Knoten, das ist der Link auf den anderen Knoten. Und das ist nichts anderes als die Schreibweise eines Baums in einer Verschachtelungsstruktur. Also gut merken, Sie können solche Verschachtelungsstrukturen immer als Bäume darstellen, also in der Visualisierung, wie Sie das auch bei unserem Objektdiagramm haben, unseren Objektvisualisierung, wo wir auch Knubbel haben und dann Pfeile machen zu den anderen Anteilen. Wir kommen gleich auf eine Darstellung, wo wir uns das nochmal klar machen können. So weit, so gut. Und was ein wenig merkwürdig ist, und das ist auch in der Aufgabe angemerkt, wo haben wir es? Ich habe so einen kleinen Hänger hier gerade beim Scrollen, dass das Interface inode ein wenig inkonsistent ist. Nämlich mal folgendes. Sie haben noch nicht allzu viel gelernt zu Interfaces, die sind aber nicht kompliziert. Das sind auch übrigens Typen, auch Referenztypen, aber die haben eine Besonderheit. Sie sind jetzt kein Typ der Artklasse, sondern einer anderen Art. Der Typ, also der Referenztyp von einer Klasse, der ist eigentlich abhängig davon, welche Variablen wir so alle setzen. Und wenn wir auch Vererbung machen, dann wissen Sie, dass die Objektvariablen dann auch weiter gereicht werden. In Anführungszeichen ist gerade eine vereinfachte Art der Beschreibung. Ein Interface ist nichts anderes als ein Typ, der jetzt nicht strukturell durch Variablen beschrieben wird, sondern strukturell durch die Methoden beschrieben wird. Hier haben wir also eine Auflistung nur von Köpfen von Methoden. Also wir haben eine Methode, wenn wir sie implementieren, hat sie immer einen Kopf und ihren Rumpf des dessen geschmeiften Klammern, was also da tatsächlich das Verhalten beschreibt. Ich rate ein wenig aus der Atme, weil ich nicht so gut durch die Nase atmen kann. Haben wir also hier die Methode getChide, dann sehen wir, mit dieser Methode bekommen wir einen Knoten zurück und können sie aufrufen mit einem Intend, also mit einem Integer. Ohne Dokumentation oder Aufgabenstellung ist das natürlich nicht alles selbsterklärend. Sie wissen aber, was damit gemeint ist. Dann die nächste, die übernächste, die vierte und die fünfte Methode. Die zusammengefasst laufen hier unter Interface iNode. Und wenn ich jetzt zu einer Klasse sage, du implementierst dieses Interface, dann muss sie all diese Methoden implementieren und diese Methoden auch public deklarieren. Weil immer Interfaces sind irgendetwas, die was öffentlich machen nach außen. Das ist halt per Definition so. Jetzt ist hier eine kleine Merkwürdigkeit. Wir sagen, wenn wir ein getChide haben, also diese Methode getChide aufrufen, dann soll ein Node zurückkommen. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Wir erwarten jetzt nicht eine Instanz der Klasse Node, sondern eigentlich ein iNode. Wir erwarten also, dass etwas zurückkommt, was wieder die gleichen Bedingungen erfüllt, erfüllt wie das Interface iNode. Nämlich etwas zurückkommt, eine Instanz, ein Objekt von irgendeiner Klasse, von der nur garantiert sein muss, sie soll das gleiche Interface implementieren. Das ist also an der Stelle für uns entscheidend. Das können wir auch ändern, selbstverständlich. Wir haben, jetzt habe ich gerade die aus dem Auge verloren, hier ist sie. Bei iNode entscheidend ist also, dass wir etwas zurückbekommen, was von diesem Typ ist. Und gibt es hier noch etwas, worauf wir achten können? Wir schauen erst mal, was das alles so ausmacht. Wir machen ein Reset, damit wir auf alle Fälle sicher sind, dass wir nichts mehr im Speicher haben, was da irgendwie uns stören könnte. Und hier sehen wir, wir haben jetzt beides wunderbar geladen und verarbeitet. Und wenn wir jetzt Node N gleich, New Node, machen wir nun mal gerade einen, wie wir es gerade hatten, ja, den Plus und sagen, es hat halt zwei Beinchen. Dann kommt das zurück. Das ist alles kein Problem. Wir könnten aber genauso gut sagen, hier, ich hätte gerne ein iNode N gleich, passen Sie mal ganz kurz auf, bevor ich hier weitermache an der Stelle, N Punkt, Tabulator-Taste. Dann sehen Sie alle Methoden, die zur Verfügung stehen, die von der Klasse her kommen. Und wir sehen auch die Variablen, die Objektvariablen, wie Childs und Value, müsst ihr hier, genau, hier ist es auch, die können wir damit alle zugreifen. Ich habe die Klasse nicht abgesichert durch irgendwelche Public- und auch Private-Setzungen, die das vielleicht unsichtbar machen würden. Aber darum geht es gerade nicht, sondern es geht nur um den Unterschied, was ist ein Interface-Typ und was ist ein Klassentyp. Und wenn wir also darauf pochen, dass wir mit einem iNode arbeiten möchten, also hier mit diesem Interface, dann müssen wir also sagen, dass wir ein iNode haben. Das heißt, wir möchten etwas zurückbekommen. Uns ist egal, von welcher Klasse. Es muss nur dieses Interface erfüllen. Dann können wir selbstverständlich hier natürlich dasselbe schreiben. Wir wissen ja, dass diese Klasse Node das Interface erfüllt. Aber jetzt gucken Sie sich mal das an. Wenn wir jetzt Endpunkt, Tabulator. Jetzt sehen Sie nur noch die Methoden, die uns zur Verfügung gestellt werden dazu. Und sonst nichts mehr. Wir haben also jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr. Wir können jetzt also auf Value zum Beispiel gar nicht mehr zurückgreifen. Das existiert nicht. Genauso ist es auch mit Childs. Wir haben also nur noch einen kontrollierten Zugriff über die Methoden des Interfaces. Und das ist das Besondere der Interfaces. Die dienen nicht nur zu spezifizieren, was kann diese Klasse, also mit der Implementierung, dann alles tun. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn wir diesen Typ verwenden, was meine ich damit nochmal? Hier, die entscheidende Stelle. Ich habe hier für n nicht Node, sondern iNode gesetzt. Wenn wir also sagen, wir verwenden den Interface-Typ, dann müssen wir nach wie vor selbstverständlich mit Instanzen arbeiten, von einer Klasse, die das implementiert. Aber dann passt der Typ auf, dass also, wenn ich jetzt mit n arbeite, dass ich jetzt nur noch auf Methoden von diesem Typ zurückgreifen kann. Weil dieser Typ kennt nichts anderes als diese Methoden. So, jetzt haben wir noch eine andere Stelle, die ebenfalls relevant ist. Gucken wir mal hier. Hier ist es uns doch vielleicht genau so, dass wir sagen, wir wollen doch nur irgendetwas haben, was dieses Verhalten hat. Und bei dem SetChile. Gucken wir uns hier die Methode an. Wo ist sie? Okay, da ist das SetChile. Lassen wir also auch hier sagen, iNode. Wenn wir das übrigens vergessen, nur damit Sie das sehen beim Laden, dann merken Sie, hier kommt sofort eine Fehlermeldung, dass da was nicht stimmt. Sorry, gehen wir wieder hier hin. Setzen das iNode da rein. So, jetzt haben wir hier noch ein Problem. Das heißt, iNode kann nicht in Node konvertiert werden. Was ist denn da jetzt eigentlich das Problem? Das ist nämlich jetzt eine interessante Frage. Gucken wir uns mal an hier. Das ist nichts anderes als die Variable. Also das Typproblem liegt hier, unsere Chiles. Das heißt also, dass wir auch hier sagen müssten, bitte ein Array von iNodes, das sind die Chiles. Mich interessiert also nicht von welcher Klasse, sondern wir wollen etwas in den Chiles drin haben, was dieses Interface implementiert. Okay, neuer Versuch. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt sagt er hier, inkompatible Typen. iNode kann nicht in Node konvertiert werden. Schauen wir uns diese Stelle an. Wir wissen noch, wo die her ist. Die haben wir eben gebaut. Das ist unsere ToString-Methode. Da sehen wir, dass hier auch iNode hin müsste. N. Ja, und da gibt es einfach, dass da N auftaucht. Wollen wir doch mal sehen, was jetzt passiert. Okay, jetzt schien es durch zu gehen. So, schauen wir mal wieder, ob das noch alles so läuft, wie es mal gedacht war. Ja, das funktioniert. Wir sind jetzt mit unserem N, also ein iNode, und keine Instanz der Klasse mehr. Das ist mir erst mal an dieser Stelle wichtig, dass wir uns das klar machen, dass das hier ein wenig anders ist, wenn wir den Node belassen, hier, klar, die Klasse bleibt, sie davon implementieren, wenn wir aber das Interface konsequent darauf anlegen, nur noch mit iNodes zu arbeiten. Und dann mussten wir hier ein bisschen was an dem Code ändern. Das ist aber enorm, enorm, enorm wichtig für das ganze Schreiben von Programmen, die, das versucht man im Programmierbau, auch der Softwaretechnik ganz viel, dass man nur noch gegen Interfaces programmiert, also nur noch gegen Verhalten. Wenn man sagt, das ist mir wichtig, das definiert meine Semantik, also meine Bedeutung in Code, ein Knoten ist definiert über die Methoden, die er hat, wie das intern über Objektvariablen oder vielleicht auch Klassenvariablen organisiert wird, die Struktur, die dahinter steht, das ist mir völlig wurscht. Entscheidend ist für mich, dass das Verhalten da ist und erfüllt wird. Also nimmt man auch nur noch alle Variablen von diesem Typ, wenn man sagt, darauf kommt es mir an. Damit haben Sie dann auch automatisch, wenn Sie das hier machen, also diesen iNode setzen, dann haben Sie auch automatisch dafür garantiert, niemand kann mir in diese Objektinstanz jetzt reinfuschen. Das geht überhaupt nicht mehr. Also nochmal zur Erinnerung, wenn Sie jetzt hier, ich kann das Value zum Beispiel gar nicht mehr aufrufen, das geht nicht mehr. Aber mit Get Value habe ich die Möglichkeit, mir den abzuholen. Sie sehen aber, dass ich absichtlich hier aber auch kein Set Value habe. Es geht hier nicht um sogenannte Setter-Getter-Methoden, einfach nur stumpf das zu machen, sondern es geht mir um einen kontrollierten Zugriff auf bestimmte Sichten, also dass ich mit Get Value mir den Wert anschauen kann. Ich muss ihn mir aber im Konstruktor setzen, weil ich nicht mehr möchte, dass das im Nachgang verändert werden kann. Ganz anders ist es, wie Sie gesehen haben, mit n selber, sorry, mit dem Set Get-Shite. Da kann ich mir ein bestimmtes Chite abholen. Und das kann ich aber auch, wenn ich möchte, mit Set-Shite ändern. Da ist es also anders. Hier lasse ich über das Interface zu, dass ich den Knoten, wenn ich einmal einen Wert gegeben habe, eine Bezeichnung gegeben habe. Die bleibt unveränderlich. Aber die Beinchen, die habe ich ja auch in ihrer Anzahl festgelegt. Aber die Konfiguration, was ich da dran hänge, das bleibt jetzt vollkommen frei und offen. So, ich glaube, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss mit diesem kleinen Video, damit Sie das erstmal haben. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Sachverhalt. Und bis dahin erstmal Happy Coding! Amen. Witzige K-